Hallöchen und willkommen zu einer neuen Folge Darksiders. So. Und wir müssen weiter nach da. Ja, leck mich doch. Das Video aber schon wieder nicht so groß ist, als ob das hier so einfach... Ich wette da am Ende, das gab einen viel einfacheren Weg. Viel, viel einfacheren. Rararararararen. Oh, das ist ja so. Wird auch schon mal relativ gut aus. So, und jetzt? Dass ich da rüberkomme. Nein, spring noch, spring noch, du Depp. Ich hasse es. Och, willst du mich verarschen? Ich bin ja richtig, ne? Ah, gut. Ich dachte, ich müsste jetzt wieder zurück. Mann, Mann, Mann. Das Spiel, echt, ich sag euch das. Weil wenn dann alles immer funktionieren würde, der immer springen würde, wenn er springen soll, dann wäre das ja schon mal... Wann hab ich von hier? Klappen ist ja Ficker doch, Deine Mutter. Warum geht denn das nicht? Ja. Dass man jedes Mal diesen Weg wieder laufen muss, das ist doch sowas von bescheuert. Warum kann ich nicht da vorn starten? Meine Fresse. Geht doch mal ein Stück weiter. Er macht keinen Doppelsprung. Fick dich! Ich hab die Schnauze voll von dem Spügel. Gott, bin ich froh, wie ich damit durch bin. Ganz ehrlich, das Spiel an sich. Ganz toll. Super Spiel. Aber unnötig in die Länge gezogen. Und sowas mag ich nicht. Das muss nicht sein. Das muss echt nicht sein. Eieiei. Und dann diese ganzen Wege, die man hier rennt, die ich vermutlich gar nicht hätte rennen müssen, weil ich vermutlich irgendwo einen Wegpunkt habe. der mir aber eben hier nicht angezeigt wird. Ja. Keine Ahnung. Und dadurch weiß ich jetzt nicht, wo ich hin muss. Wenn ich nicht weiß, wo ich hin muss, kann ich da auch logischerweise nicht schnell reisen. Hier ist die trockene Straße. Das ist garantiert, gibt das hier einen sehr, sehr einfachen Weg. Und das hier ist absolut unnötig, was ich hier gerade mache. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wo dieser Weg sich befinden soll. Da ich ja auch nicht weiß, wo ich überhaupt hin soll. Weil ich ja wieder zum Blöd bin, mir was zu merken, was wo ist. foi. Oh, brutal. Interessant. Da kannst du mir ein zweites aufbauen. Irgendwo, hey. Ist das ein verarschen Spiel? Gut, ich kann das ja aufmachen. Ich habe da noch ein Portal. So, und da wäre nämlich auch wieder einer. Lass mich in Ruhe. Meine Fresse. Das ist wieder völlig unnötig. Guck mal, hier hätte ich hinbekommen. Nur weil ich nicht weiß, wo ich hin muss. Jetzt muss ich den ganzen Weg rennen, ey. Das ist so beschissen. Ganz ehrlich, da muss er irgendwo stehen. Lass ich nicht mal irgendwo die aktuelle Quest steht. So, zu Ultan. Wo ist fucking Ultan? Ja. Wo? Wo bin ich? Ich bin da. Wo muss ich hin? Steht da nicht. Ole, ole. Fick dich. Ich hasse das Spiel. Ich hasse das Spiel. Da könnte ich raus. Da könnte ich raus. Was hier sieht nur falsch aus. Was hier sieht nur falsch aus. Und dann gehen wir da hin. Wo ist nur Ultan? Beim nächsten Wurgeln. Gucken wir nochmal, ob wir vielleicht doch irgendwie. Ja, wir müssen ja auch, ne. Da weggekommen sein. Och Leute, echt. Da schwemmt der Pass. Wie geht das denn jetzt reiten? Halt. Und wo muss ich im Wurgeln sein? Da. Wie komm ich da hin? Wo komm ich da hin? Leute. Alter. F***. Du wurgeln. Du wurgeln. Ach hier. So. Na muss fort was. Immer nicht. Wo sind wir gerade? Hier. Ich gehe jetzt Amos fort. Das kann doch nur richtig sein. Stimmt. Da soll er das ja schmieden. Muss ja nur. Muss ja Amos fort sein. Und umsonst ein Depp. Mann. Ja. Wenn man nicht genug Folgen für ein Let's Play zusammenkriegt, macht man einfach sowas. So. Guck mal, das sieht doch schon mal richtig aus hier. Gar nicht. Was in Ruhe. Ich fang jetzt auf einmal, als er der bescheidener Diener, der mir dient. Vorher sollte ich doch liegen. So. La, 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 la. Ich komme. Schön, dich wiederzusehen, Reiter. Ja, finde ich auch. Richtig töfte. Da ist sie. Guck mal. Hier. Mach mal Jans. Verstehst du? Meine größte Arbeit. Bis jetzt. war. Für das ist sie. Der gutste war der da auch schon. Jetzt geht das los hier nicht. Ach guck, den haben wir denn da? So, gucken wir erstmal finster. Ascheland. Gut, Ascheland. So, haben wir die jetzt? Ich nehm es mal, ne? Hier. Aber genau klinge. Ja, interessant. Wir gehen mal zu Kumpelchen, der uns ins Ascheland zickt. Hoffe ich. Sind nichts noch mächtiger als je zuvor. Das sehen wir in der nächsten Folge von Darksiders. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bye. Bye.